Hallo und herzlich willkommen bei Investboost. Mein Name ist Michael Löffler und ich bin noch gar nicht so brutal sicher, wie ich dieses Video nennen werde. Es kommt auf jeden Fall drin vor, ein Rückblick ins Jahr 2021. Wir werden Costellanis Hund mit dabei haben und ja, starten wir einfach mal gerade beim Rückblick. Ja, 2021 neigt sich dem Ende. Für mich war es kein so gutes Börsenjahr. Es hat sich praktisch dem besten Jahr, das ich bisher in der Börse miterlebt habe, 2020 angeschlossen und 2021 war für mich selber nicht so gut. Und hier ist es ganz interessant, die Börse hat sich hier so ein bisschen gesplittet. Also nicht alles ist hoch oder runtergelaufen. Hat man praktisch in 2021 auf Wachstumswerte gesetzt, die bereits zwar teilweise hoch bewertet sind, aber schon Gewinne machen. Dann lief es ganz gut. Hat man sich so ein bisschen auf die Old Economy konzentriert oder Zykliker, lief es auch nicht so schlecht. Hat man sich hingegen aber auf Firmen konzentriert, die praktisch stark wachsen, ihren Markt versuchen praktisch zu erobern und bereit sind dafür, Verluste erstmal einzufahren, also nicht profitabel zu sein. Dann sah es nicht so gut aus. Und ja, zu diesen Investoren gehöre ich dazu. Ich konzentriere mich praktisch auf die großen Tech-Krisen und eben auf schnell wachsende Firmen, die eben auch bereit sind zu wachsen, ohne profitabel zu sein. Und für die lief es jetzt nicht so gut. Und wenn man dann noch China-Investments dabei hatte, dann war es eben keine so glückliche Kombination. Und das ist bei mir der Fall. Ja, trotzdem bin ich für beide Kategorien, wie für China-Investments, wie auch für diese Wachstumsunternehmen, die eben noch keine grünen Zahlen schreiben, trotzdem immer noch positiv. Und ja, das bringt mich eigentlich zu Kostolanis Hund. Ich finde das Beispiel, oder wie Kostolani eben den Markt und die Aktienkurse beschrieben hat, mit dem Beispiel des Herrchens und seines Hundes, wirklich das Allerbeste. Und auf das möchte ich mal kurz eingehen. André Kostolani hat das Beispiel so beschrieben, das Herrchen ist im Endeffekt der faire Wert einer Aktie. Und der Hund ist praktisch der Aktienkurs. Und in der Regel, wenn ihr mal geschaut habt, wie eben Menschen mit dem Hund Gassi gehen, dann ist es eigentlich meistens so, dass der Hund so vier, fünf, sechs Meter eigentlich vor dem Herrchen eben vorne wegläuft. Also sprich, gerade bei Firmen, die sich im Wachstum befinden, ist eigentlich eben der Hund, sprich der Aktienkurs immer etwas dem Börsenwert oder des echten Werts der Aktie eben vorne raus. Und was wir gesehen haben, gerade in diesem Superjahr 2020, war das eben gerade zum Ende hin, dieser Hund, also der Aktienkurs, der ist so richtig davon galoppiert. Ja, wie ein Tier, das praktisch eine Fährte hat und rennt nach vorne. Und es waren dann eben nicht mehr fünf, sechs Meter, es gab viele Aktien, da war es dann halt so, also ich spreche jetzt mal Zoom, Roku und ja, wisst ihr was ich meine, also Aktien aus dieser Ecke an. Da war eben der Hund schon sehr weit weggelaufen. Und im Endeffekt so weit weg, dass es sich irgendwann mal umgedreht hat und hat eben das Herrchen nicht mehr gesehen und ist jetzt auf dem Weg zurück. Und das sehen wir, indem praktisch die Aktien aus dieser Kategorie eben einfach an Wert verlieren. Bei diesen Firmen, die ich gerade genannt habe, Roku, was habe ich noch genannt, Roku Zoom, ich nehme jetzt noch Peloton mit dazu und Beyond Me zum Beispiel, in denen war ich eigentlich allesamt nicht investiert. Und es sind auch so ein bisschen die Extrembeispiele, die eben wirklich in so einen Hype hineingekommen sind. Und hier ist es so, geschäftstechnisch hat sich eigentlich 2021 für all diese Firmen wirklich positiv entwickelt. Also der Wert der Firma, der konnte nach vorne gehen, aber er konnte eben den Aktienkurs nicht einholen. Und der Hund rennt jetzt eben zurück zu seinem fairen Wert, sprich der Kurs. Und in diesem Beispiel von André Kostolani ist es im Endeffekt so, es gibt dann auch mal den Moment, wo der Hund dann hinter das Herrchen rennt. Also der Aktienkurs ist tiefer wie praktisch der faire Wert der Aktien. Ich glaube noch nicht, dass wir dort angekommen sind. Aber es ist halt so, an der Börse gibt es nie jemand, der praktisch die Glocke klingelt und sagt so, jetzt ist hier der Endpunkt und dann geht es in die andere Richtung. Und deswegen ist es im Vorhinein eben einfach schon mal interessant, sich fertig zu machen und darauf vorzubereiten, wo sind denn interessante Kurseinstiegsmöglichkeiten. Und es bringt mich zu dem Punkt, dass es momentan jede Menge zu tun gibt, weil jede Menge tolle Aktien, die eine schöne Geschäftsentwicklung haben, momentan zurücklaufen in Richtung ihres fairen Wertes. Und ich mag da einfach mal ein paar Beispiele euch nennen, wo ihr sehen könnt, was sich eigentlich so ein bisschen tut. Gut. Ich denke, ihr seht jetzt mal einen Bildschirm und hier sehen wir den Chart von Roku. Ich war noch nie in Roku investiert. Mir war das alles viel zu heiß. Mir ist das hier viel zu steil nach oben gelaufen. In der Spitze auf 490 Dollar. Jetzt sind wir bei 226 Dollar angekommen. Also wir haben praktisch uns weit halbiert. Obwohl im Endeffekt die Geschäftsentwicklung absolut positiv ist. Aber es war eben zu viel. Der Kurs war zu weit vorne weggerannt. Wenn wir jetzt mal hier auf marketstreener.com machen. Ach, ist das geil. Zu lange eingelogt gewesen. So, da sind wir wieder. Kleiner Trick, wenn ihr die Plattform von marketstreener.com verwendet und ihr habt das Problem, ihr werdet praktisch rausgeschmissen, weil ihr zu lange drauf seid. Dann geht einfach nochmal mit dem Inkognito Brause drauf. Aber habt ihr nicht von mir den Tipp? Ja, hier sehen wir jetzt das KOV. Das finden wir hier an der Stelle. Das ist jetzt bei 10,1 und jetzt könnte man ja meinen, dass praktisch in der Spitze das KOV bei 20 lag, weil ja praktisch der Kurs um die Hälfte in etwa zurückgekommen ist. Dann stimmt das nicht, weil die Firma sich eben in der Zeit wesentlich besser entwickelt hat und das KOV lag bei dieser Firma mal über 30. Jetzt sind wir bei 10,1. Wie ich finde, es ist immer noch kein Schnäppchen, aber wir bewegen uns so langsam in die Richtung, wo ein fairer Wert eben sein könnte. Und deswegen analysiere ich zum Beispiel momentan Roku. Aber das ist nicht die einzigste Firma. Wir springen mal nochmal zurück. Wo sind wir hier? Bei Peloton ist es so ein ähnlicher Fall. Also sprich, schauen wir mal in die Vergangenheit. In 2020 hatten wir eben noch Aktienkurse irgendwo um die 30 Euro. Sogar in 2019 waren wir mal kurz auf 35 Euro. Dann ging das wahnsinnig hoch. In der Spitze auf über 170 Dollar. Und dann sind wir wieder bei 42. Wie als hätte es niemals diesen kostenlosen Push durch Corona für Peloton gegeben. Und ja, auch hier eine Aktie, die sich praktisch mehr als gedrittelt hat von ihrem Hoch. Auch in diese Aktie war ich nicht investiert, weil es mir eben viel zu schnell, viel zu hoch, viel zu hohe Bewertungen eben einherging. Und schauen wir uns wieder hier auf Marketscreener.com Wir sehen uns gleich. Ja, dann sehen wir hier, dass mittlerweile eben das KUV eben bei 3 angekommen ist. Ja, und so langsam gibt es eben so einige Firmen, die eben mal wahnsinnig teuer, wahnsinnig gehypt waren. Nehmt Zoom dazu, nehmt Beyond Me dazu. Es gibt noch viele andere, die steil, steil gestiegen sind, die ich total ignoriert habe, weil mir im Endeffekt die Bewertung vollkommen entartet ist, die aber jetzt eben auf dem Rückwärtsweg sind und so langsam eben einfach interessant werden. So interessant, dass ich momentan eigentlich nicht so richtig zum Videodrehen komme. Deswegen heute auch mal dieses Video, das ich aus der Tasche zaubere, weil ich einfach die Zeit nicht habe, ein großes Video zu machen, wie ich jetzt zum Beispiel bei Xometry, wo mir eben sehr viel Zeit hineinsteckt. Es gibt momentan einfach zu viele Möglichkeiten, sich gute, schöne Firmen anzuschauen, die so langsam in ein Maß kommen, wo eben die Bewertung interessant ist. Ja, und so komme ich eigentlich auch zum Ende vom Video. Ich möchte einfach sagen, Augen auf, es lief für uns Tech-Investoren aus dieser Sparte, wie ich es beschrieben habe, nicht so gut, aber es entstehen immer neue Chancen. Keiner klingelt eine Glocke, die praktisch sagt, so, jetzt alle einsteigen und wenn es so wäre, ja, dann ist es eh zu spät, ja, also glaubt das nicht. Im Endeffekt ist es meistens so, ist die Nacht am dunkelsten, wird es dann aber auch wieder hell. Und ja, ich bin dabei, einige Firmen mir neue wieder anzuschauen und wir sehen uns natürlich demnächst wieder in einem größeren, umfangreicheren Video. Bleibt investiert, bis zum nächsten Mal. Ciao! Bleibt investiert, habe ich ja nie gesagt. Ich glaube, muss ich mir abgewöhnen. Ciao!